Ein schneller Zauberkünstler ist man nur, wenn man es schafft, aus dem Kartenspiel die Asse herauszufinden, innerhalb von zwei Sekunden. Ich werde es versuchen, und bitte jetzt schon mal um Nachsicht, falls es nicht ganz klappt. Aber ich versuche mein Bestes. Achtung, es geht jetzt los. 21, 22, 23 und die vier Asse sind da.